Nachdem wir euch im letzten Beitrag über Naturdrogen informiert haben, wollen wir jetzt noch das Kifferlexikon vorstellen. Wer glaubt, alles über das Kiffen zu wissen, der irrt gewaltig. In einer Zeit, da Cannabiskonsum immer beliebter wird, lässt die Kommunikation unter Kiffern eindeutig zu wünschen übrig. Das ultimative Kifferlexikon räumt mit diesem Zustand auf. Es erklärt die allgemein gebräuchlichen Begriffe der Kiffkultur und macht auch vor regional verwendeten, teilweise sehr merkwürdigen Fachausdrücken nicht halt. Ein Meisterwerk mit äußerst interessanten Facetten und undenkbaren Gedankengängen. Ein Muss für alle, die sich mit dem Kiffen auseinandersetzen. Ebenso geeignet für professionelle Kiffer, besorgte Eltern und dem Dealer an der nächsten Hausecke. Das Kifferlexikon erschien im Nachtschattenverlag.